Du gibst doch einfach nur zu, wenn ihr nicht mit mir spielen wollt. Okay, so, ja, okay, Tommy, sorry. Ja, merk ich mir. Oh, da ist noch ein Schild. Einen Zombie? Drei und eins. Nee, ich glaube ich nicht cool. Rechts geht's, äh, drei, links geht eins. Hä? Was? Da ist ein grünes Haus. Hä, wir waren gerade eben beim grünen Haus. Ja, okay, ja, dann dann... Ortseingang ist, äh, auf der rechten Seite ein grünes Haus. Ja, dann beschreib dich, dann bleib da, äh, kämpf dich da irgendwo rein. Nein, ich darf zu euch. Nee, kämpf dich da irgendwo rein. Warte, du Volksteller, da müsste eine große Bundesstraße dann sein. Wo? Da, irgendwie, keine Ahnung. Ja, die, meine Straße führt auf die große Bundesstraße von dir. Ja, genau, dann läufst du einfach runter. Ja, also wenn, läufst du uns entgegen oder wartest da oben, weil wir... Nein, ich glaube. ...weil weiter nach oben, Richtung Airfield. Anscheinend gibt's da gute Loots, äh, halt gute Tropfen. Gute Autos. Ja. Ja, vielleicht auch ein Hegel kann's sein. Benz? Ja, Mann. Nee, so, so... Benz wär nicht schlecht, Alter. Nee, BMW, weißt, Dreier. Ey, Matze. Ja, genau. Wir fahren mit dem Vier-Sterne-Bus, gell? Echt jetzt? Ja. Ja, aber nicht, was ist das dann für ein Gangster-Bus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, 27 Euro. Bus. Also, ja, okay. Und 16 für Otto, die Karte. Okay. Ja, natürlich. Nee, das ist mir zu teuer. Dann haben wir noch 7 Euro, und dann ist der Fuffi weg. Ist doch okay. Ja, ich geht die, gell? Ich hätte ja gesagt, für 7 Euro gehe er mal richtig krass Bier kaufen. Ist fast ein Kasten nötiger. Ja, das ist ein Kasten. Äh, zurzeit ich ja denk, im Angebot. Echt, Hammer. Ja. Ähm, Domi? Ähm, Domi? Willi, ist das schon wieder das Dorf? Äh, ja, ich glaub. Hm. Volksflug hat er Strasse, Domi? Ja. Ich bin schon wieder um uns Ausgang. Hoch oder runter? Hoch. Okay, dann kenn dich da in die Stadt rein, weil dann läufst du in die falsche Richtung. Warum? Ja, weil wir unten in deine Richtung laufen sind. Ja, da oben ist ein grünes Haus, Matze. Ah, ja. Toll. Es sind so viele Zombies hinter mir, ich weiß ja, was ich machen soll. Ja, in dem Dorf sind Häuser offen. Ich hab ja besser, wenn du das Video siehst, du wirst so lachen. Okay. Ich werd sowieso lachen wegen Billy seiner geilen Ansprache. Starts ey. Stier. Alter, wie wird das? Stier, das sind mindestens fünf, äh, zehn Zombies. Domi, nicht sterben. Und, ja. Genau. Hallo, Billy. Hast du Hunger, oder? Ja, hab ich. Willst du so langsam wachst? Oh ja, mein hat auch Hunger, wie so. Ey, da ist ein rotes, rote, rote. Großhaus und ne Bushalte. Vielleicht kommt da mal ein Bus. Ja, wir könnten ja warten. Alter, ey. Wir holten so viel schneller als ich. Stah los. Stah los. Stah los. No, ich park wieder rum. Nee, Mann. Gar nicht cool, Domi. Nee. Ich hab mich versteckt. Im roten Haus? Ja, im großen roten Haus. Da kommen wir... Okay, dann kommen wir da auch hin. Hey, hier ist ein Pfeil. Also hier rennen schon mal ein paar Zombies rum. Oh ja. Tut mir leid. Alter, hier sind drei Zombies im Haus. Alter, wie viel Sinn hinter mir, ey. Domi, ich bring noch mal ein paar mit. Und ich komm gleich rein. Ja, Domi, ich hör deine Schüsse. Du bist bestimmt nicht da drin, wo ich grad reingelaufen bin. Billy, wo bist du? Ich lauf an dem Haus vorbei. Okay. Ähm. Ja, ich bin grad wieder rausgegangen aus dem Haus. Alter, wie viel Zombies hier rum können gehen. Ich geh da hinten in das Orange, ne? Ja, ich auch. Da ist jemand. Billy, 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 Billy. Ja, Domi, das bin ich. Lauf. Lass ihn in das rote Haus rein. Lass ihn in das rote Haus rein. Welches rote? Links jetzt von mir. Da vorne, ja, links. Ich geh rein. Alter, weil ich, äh, lauter ist ein Zombie. Alter, nein. Alter, da schlägt mich. Alter. Domi nicht da hoch. Da komm ich nicht mehr runter. Alter. Ich merk's. Ich hab einen Revolver gepackt. Warte, ich schieß. Lauf an dem Haus wieder vorbei. Okay. Nicht schießen, nicht schießen. Alter, wie viel Zombies hier sind, gell? Warte mal, nicht schießen. Ich nehm die Headshot. Okay, warte, ich geb dem Headshot. Oh. Wow, ich, ich krieg irgendwie, ich hab, alter Domi. Domi, hör doch auf. Domi, hinter uns, hinter uns. Domi. Ich muss nachladen. Oh, ich muss nachladen. Alter, fuck. Alter. Alter. Alter, wie viel Zombies. Alter. Ich geh hoch. Wir können gleich mal nach Elektro wieder gehen. Ich hab fast kein Leben. Was, du bist tot? Nein, ich bin oben. Achso, okay. Oh, Alter. Alter, wie viel Zombies. Billy, wo bist du? Ich bin draußen. Ich hab grad paar Zombies. Ja. Okay, nice. Hinter mir. Und. Du kannst ins Haus reinkommen, dass du... Oh, fuck. Oder auch nicht. Ne, ich treff ihn auch nicht mehr, gell? Alter, Domi, hör auf zu schießen. Ich war für mein, äh, Ding nicht mehr. Headshot. Ist egal, ich mach das. Aber nicht schießen. Wenn da so einer drauf geht. Weil jetzt kommen immer mehr Zombies ran. Ich hab... Das ist übel jetzt. Und ich hab schon... Einen schwarz-weißen Bildschirm. Und die schlagen mich. Und ich treffe sie nicht. Ey. Echt ohne Witz, wie ich keinen mehr da treffe. Ich hatte... Ich hatte 30 Shows. Betonung auf harte. Harte. Okay. Loll. Alter. Wie viel Zombies hier rumliegen. Billi, komm mal in das Haus rein. Ja, man. Hab ich vor. Warte, wenn sie die Aufnahme sehe, ich könnte mich hier so breit lachen. Warte ich auch. Alter, Billi, guck mal. Alter. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Kein Fernglas. Geh. Domi, keine mehr anlocken. Domi, keine mehr anlocken. Ich probier's. Nee, nicht. Nee, nicht. Ein bisschen, einfach nicht brauchen's. Gibt's einen Arrow und zwei Heatpacks. Okay. Da ist ne Headshot im... Geh. Toll, mein Handy... Vibration. Stier, warum sind auf einmal wieder 10 Zombies? Hey Domi, hast du schon ne Waffe? Also... Ja, ne Witches, aber das ist leer. Du brauchst ne Makarov. Hier liegt eine. Wo? Nein, das ist... Makarov, ja. Da ist ne Lieber. Werde ich meine. Okay. Hier. In der Ecke. Ja, beim Herd. Ich hör Zombies. Ich hör Zombies. Das ist ganz cool. Und ich seh Zombies. Aber keine Magazine glaub ich. Mal gucken ob hier irgendwo welche liegen. Billy stop block me. Man. Nein. Hey. Friendly? No. No. Ich hab noch 5. Ich hab noch 5. Okay, jetzt ist... Ich hab auch noch... Ja warte, ich hab noch 2 Plätze frei. Alter. Na, ist nur noch 1. Ähm. Ja. 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 Gehn wir weiter, oder? Warte, die Diene mich noch mürt. Äh... Eck... Reiner. Tut mir leid, dass ich euch so viel Ärger gemacht hab. Null. Echt. So, jetzt... Äh... Ich such mir mal ne Hatschett. So... Open Bag. Das ganze jetzt rein. So. Achja, ich hab jetzt auch für meine Pistel Magazin wunderbar. Ey, da ist ne Kirche. Ich bin in der Kirche, Jungs. Nee, da kommt... Da geht's nicht rein. Hey, ich geh da rein! Ich will... Ich geh da rein! Ich will... Ich geh da rein! Wir gehen zur... Festung hoch. Und dann... Erstmal, dass wir da oben jetzt sicher sind. Wo ist deine Festung, please? Warte, wir kommen zur Kirche. Muss man immer... Der Berg würde hochlaufen. Rechts, links, Matze? Nein, hoch. Hoch. Immer hoch.